Kurzer Zipper-Check im Schnelldrucklauf. Ich bin heute am 7.06. um 18 Uhr mit 2 Stunden Verspätung im Hotel Clover Magic Parkside angekommen. Ich habe als Alleinweis nur ein Doppelzimmer, nicht sehr groß, aber völlig ausreichend. Gut ausgestattet. In der Midi-Bar sind 3 Fächer Wasser drin. Die Registraten nicht offen machen. Die geht immer schwer auf. Beim Völken ist das schlecht. Die Registraten nicht nur ein Doppelzimmer, sondern auch einen Doppelzimmer. Die Registraten nicht nur ein Doppelzimmer und auch ein Doppelzimmer. Ihr habt auch einen Doppelzimmer, den Doppelzimmern und ein Doppelzimmer.